Herzlich Willkommen zum Sport. Ja, es braucht einiges zu bern, um Publikumsliebling zu werden. Gute Leistung ist zu einer, Ecken, Kante und eine gehörige Portion Charisma zu anderen. Die IB-Fans haben Sedu Dumbia schnell ins Herz geschlossen und mit seinen Goals steht der 21-jährige Zoberst in der Fangunst. Und seit dem gestrigen Sieg im GOP gegen GC kommt beim Sedu Dumbia sogar noch ein wenig Kultstatus dazu. Sven Allenbach berichtet. Sedu Dumbia! Sedu Dumbia! Sedu Dumbia! Sedu Dumbia! Sedu Dumbia hat die Herzen der Fans erobert. Der eivorische Edeljogger hat gestern Abend zum 5. Mal in diesem Jahr nach seiner Einwechslung ein Goal geschossen. Dumbia, das ist zweifellos ein Synonym für einen momentanen IB-Höheflug. Sedu Dumbia Sedu Dumbia Sedu Dumbia Saif Gesal in der 56. Minute einen Eckball von Maria Raimondi verwertet hat. Acht Minuten später hat der Assistenztrainer Erminio Pisergiam Sedu Dumbia mitteilt, dass er nächstens eingewechselt wird. Ganz zur Freude von den IB-Fans. Drei Minuten später legt er bei seinem ersten Ballkontakt mit einem Zuckerpass vor für das 2 zu 0 von Xavier Hochstrasser. Seydou ist einfach ein Spezialspieler. Er hat mir einen Pass gemacht, einen super Pass. Ich habe ein Tor gemacht und danach machte er noch ein Tor. Das ist super für die Mannschaft, für alle Spieler. Ich habe das Gefühl, das ist auch das Resultat des hervorragenden Trainings und der Mithilfe meiner Teamkollegen, dass ich es immer wieder schaffe, bei mir rauszuwachsen und noch mehr zu geben. Mit dem zweiten Ballkontakt Seydou Dumbia hat der Ball schon wieder im Netz geschlossen. Zabler, dass gerade mal 6 Minuten nach seiner Einwechslung eine schon fast unheimliche Ausbeutung. Ich bin sehr glücklich, in diesem Moment, wo ich eingewechselt werde, dass wir in diesem Moment bereit sind für das Team. Aber ich bin sehr glücklich, aber ich bin sehr glücklich. Dass jeder im Team seine Rolle zu 100% akzeptiert, wieder sagt Dumbia, das scheint das Rezept zu sein. dass IB trotz momentaner Höhenflug an Boden bleibt.